Von der Physik der Elektro-Gitarre gibt es einen korrigierten Nachdruck. Zwei Bände, 1292 Seiten, Hardcover-Fadenbindung, 165 Euro zuzüglich versandt. Den Inhalt lese ich nicht in allen Einzelheiten vor. Den findet man zum Beispiel unter www.gitarrenphysik.de-Literatur. Die Kapitel, Grundlagen zur Seitenschwingung, die Seite als Leitung, Seitenmagnetik, das elektromagnetische Feld, Magnettonabnehmer in allen Varianten, Piezo-Tonabnehmer, Hals und Korpus. Psycho-Akustik, das steht dann im zweiten Band, Gitarren-Elektrik. Ein sehr großes Kapitel über Gitarrenverstärker und zwar überwiegend Röhrenverstärker. Abschließend ein Kapitel über Gitarrenlautsprecher und ein Anhang. Bestellung über Gitarrenphysik.ts-messtechnik.de Den Inhalt kann man auch auf meiner Homepage ansehen www.gitarrenphysik.de slash Literatur Viel Spaß beim Lesen. Beim Lesen Bis zum nächsten Mal.